Mein Name ist Michel Leisebach. Ich arbeite als Informatiker Fachrichtung Applikationsentwicklung beim Schindler und bin jetzt im vierten Lehrjahr. Ich heisse Simon Mühri und mache die Lehre als Informatiker Applikationsentwickler bei der Schindler Berufsbildung. Ich bin 18 und im vierten Lehrjahr. Meine Haupttätigkeit als Informatiker ist eigentlich das Programmieren und das Warten von Programmen. Je nach Abteilung habe ich verschiedene Arbeiten, die ich mache, verschiedene Projekte und Programme, mit denen ich zu tun habe. Wir wechseln immer wieder durch die Abteilungen durch. Das heisst, wir sind eigentlich nie über längere Zeit am gleichen Ort, sondern sind in sehr viele Abteilungen und haben dadurch ein sehr grosses Wissen am Ende der Lehre. Meine Lieblings-Tätigkeit ist sicher am Anfang des Projekts. Je nachdem brauchen sie verschiedene Methoden, wie das ich programmieren muss, verschiedene Sprachen, die ich brauche, je nachdem, wie es der Kunde will. Und so kann ich immer mehr lernen und habe mit neuen Technologien zu tun. Die Kontaktfreudigkeit ist ebenfalls sehr wichtig. Es ist ein grosser Teil in meinem Beruf, weil man mit sehr vielen verschiedenen Leuten zu tun hat. Ich hatte z.B. ein Projekt, in dem ich mit Konstrukteuren und Elektronikern eine Fotobox gemacht habe. Die Konstrukteuren haben dann die Fotobox designt und dann haben das die Anlagen- und Apparatenbauer gemacht. Die Elektronikern haben alles verkabelt und ich habe das Programm dafür geschrieben. So hatte ich mit sehr vielen verschiedenen Berufsgruppen zu tun und wir haben da ein Projekt geschaffen. Schinder bietet einem eine super Grundausbildung. Man lernt sehr viel über den Beruf kennen, auch wie es im Schinder ist. Man lernt sehr viele interne Prozesse kennen und nach der Lehre besteht auch die Möglichkeit, hier zu bleiben. In der Freizeit spiele ich sehr gerne Klavier und Segler. Ich habe die Sägelprüfung gemacht. Segler gibt einen sehr guten Kontrast zu meinem Arbeitsalltag, weil es verrossen ist und ich dort abrufe. Ich habe angefangen mit der Fluglizenz selbst zu machen. Dort haben wir einen grossen Ordner und ich habe dort angefangen mit den Lektionen und bin jetzt bei ungefähr sechs Flugstunden. Um beim Schindler zu lernen als Informatiker zu machen, muss man eine Lernfreudigkeit mitnehmen und ein grosses Interesse an neue Technologien, zum Beispiel weil man mit sehr vielen verschiedenen Sachen zu tun hat. Zum Beispiel kann man Apps programmieren für Smartphones oder Programme für PCs, Webseiten. Und dann muss man sicher lernfreudig sein und bereit sein, sich neue Aufgaben zuzuwenden. Wenn du auch als Informatiker durchstarten willst, dann bewirke dich jetzt bei der Schindler berufswöldig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020